Musik Hallo, mein Name ist Alexander Kunert. Ich bin 17 Jahre alt. Schwimmen ist mein Leben. Mein Ziel ist es, bei Olympia 2016 in Rio eine Medaille zu holen. Musik Schwimmen macht mir richtig Spaß, weil es einfach ein anderes Gefühl ist. Die Bewegungen im Alltag sind ja die ganze Zeit laufen, sich bewegen, gehen und das machst du ja beim Fußball auch. Und beim Schwimmen machst du halt was ganz anderes. Schwimmst halt. Bist in einem anderen Element. Musik Ja, ich schwimme ja nicht alleine. Ich trainiere ja mit meinen Freunden und messe mich auch mit meinen Freunden. Meistens gewinne ich. Musik Bei internationalen Jugendwettkämpfen habe ich schon einige Medaillen geholt. Um mein Ziel zu verwirklichen, trainiere ich jeden Tag 5 Stunden. Ich stehe morgens um 5 auf, trainiere 2 Stunden und gehe dann noch in die Schule. Musik Ich trainiere hart, um mein Ziel Olympia 2016 zu erreichen. Aber die Trainingslager kosten eine Menge Geld und dazu brauche ich eure Unterstützung. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.